Hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist genia cruiser mit der neue folge von wew within 1 remastered so in der letzte folge haben wir gesehen wir haben wir mit hat wollte lässt die umbringen weil er weil lässt die mit rubik sehr nahe ein verbindung haben ich weiß nicht was weiß nicht wieder so was und ja und geht man hat aussehen jose verschossen jetzt wieder da jetzt wie es weitergeht erfahren wir jetzt Geht's! Jawoll. Verbrennt schön. Verbrennt schön. ... ... ... ... jetzt sind wir in der u-bahn so der pick und Brain Erstmal schön aufsammeln Oh scheiße Oh scheiße, was hab ich denn jetzt angestellt Oh scheiße Oh scheiße Verbrenn, verbrenn Verbrenn schön Nimm die scheiß Spritze Weiter geht's So hab ich was vergessen Irgendwas Ah, okay Grünes Geld hab ich vergessen So 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 Das war scheiße So 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 Untertitelung. BR 2018 Scheiße. Katze, er schreckt mich nicht. Oh Mann. Es muss einen Weg nach dort oben geben. Scheiße. So. 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 einmal. So. 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 Tagebuch von Sebastian Castellanos, okay, das könnt ihr gerne lesen. Haben Sie etwas vergessen? Hä? Tatjana Gutierrez... Gutierrez? Vermisst? Fliegerin in der Bekennervenklinik. Sie verschwand während ihrer Spätschicht. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie das Gebäude verlassen hat. Aber sie ist... Nein, im Speicher natürlich! ... 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 Verteilerkastensicherung? Scheiße! Achso, jetzt sagst du Scheiße, ne? Vorher kannst du nicht Scheiße sagen. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Das Spiel wird mich doch verarschen, oder? Ich habe es. Ah. Moment mal. Ne doch nicht, mein Fehler. Ja. 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 Verteilerkasten. Oh, was ist denn jetzt los? Hapiss dich! Oh Gott, ey. Der gibt dann... ...stirbt doch. Abbremd! Ich muss doch etwas leben. headed für euch zu erftern. HoppUUU Ay! Irgendwie. Oh. Okay. Wow, die Dinger, ey, verbrauchen echt viel von meiner Munition, ey. Skipp, stop. Ja klar. Wer? Wo? Von da? Mein Gott, ey. So weiter geht's. So. Hast du noch mehr? Bin ich in eine Art Nest geraten? Ja. Kann sein. Womit geht's weiter? Was ist da drin? Jawohl. Das will ich sehen. Komm, einmal speichern. Weil speichern ist wichtig. Sch zu weinen. Ja. So, weiter. Und, speichern. Weiter geht's. Ein Kartenfragment. So. 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 Wie kann man das umsetzen? Wie kann man das umsetzen? Wie kann man das umsetzen? Was jetzt? Verdammt! Sehe ich aus wie ein Elektriker? Ein nächster Bosskampf! Wie kann man das umsetzen? Komm, zeig was du da was. Ah, scheiße! Ah, scheiße! Wo bist du? Ah, scheiße! Komm, von der hab ich eh keine Angst. Verander mal zu ihr, aber von der her nicht. Ah, scheiße! 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 Ah! 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 Oh man, ey, was der, der ist, der ist irgendwie leicht, der muss, das muss das irgendwie leicht zu besiegen. So, Esna. So, Esna. Scheiße, Scheiße. Nein, ich lasse es machen. Geschafft, in Vergessheit geraten. Gott, wir haben es geschafft, Leute. Sonst viel Geld bekommen wir? Zehntausend. Das verdient man einen Speicherplatz. Wo ist das Speicherplatz? So. Sechstausend? Wo ist 5000er? Jawoll. So, Leute. Ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und ein Like. Und wenn ihr meine Videos nicht verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Glocke aktivieren weiß ich leider noch nicht, ob das jetzt noch funktioniert. Und, ja. Wenn ihr mich weiterhin noch unterstützen würdet, dann wird es mich wirklich wahnsinnig sehr freuen. Und ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und vielen herzlichen Dank, Leute, an die Supporter da draußen. Okay, Leute. Dann werde ich mal sagen. Au revoir. Ciao. Bis dann. Euer Junior Kurser. Tschüss.